Der hat doch hier so eine Weststern. Wenn ich auf den Kopf ziele, dann... keine Ahnung. In die Eier! Achso, der soll natürlich noch leben. Nicht Hades! Nicht Hades! Scheiße, eine Bombe! Raus hier! Raus hier! Alpha, Licht! Das Dukel hat eine Bombe getragen. Haben einen verloren. Wiederhole, einen verloren! Ich habe die Frequenz des Zünders. Verfolge sie zur Quelle zurück. Achtung, KVH greift an. Irgendwie habe ich es schon so ein bisschen gewusst, hey. So. Headshot. Toll, so eine Tarnung ist aber aufgetragen. Also... ... ich bin nicht mehr unsichtbar. An alle Stationen. KV1 Anmarsch. Wir brauchen Feuerschutz. Na los, Mitchell. Ich suche noch die Quelle. Ja, Moment. Moment. So, komm raus. Wir können hier nicht bleiben, Ilona. Der echte Hades ist nicht weit gedient. Wir müssen ihn kriegen. Okay, Moment. Kann ich das glaube ich nicht rumdrehen. An alle Stationen. Drunk verlässt das südliche Parkhaus. Es ist Hades. Hades ist unterwegs. So, na toll. Was geht in Warnung? Was ist da los? Alpha, kommen! Alle Teams, verfolgt Hades! Verfolgt Hades! Habe Sichtkontakt verloren! Gideon! Gideon, wenn du mich hörst! Volk Hades! Scheiße! Nichts wie weg hier! So, na super. Jetzt geht's wohl ja schon richtig los. Mitchell! Die Treppe runter und hinten raus! Wir müssen Hades abfangen! Nicht hinten rein. Bravo! Die KVA hat die Position eingekreist. Wow. Ganz ruhig hier. So, Alter, die ist ganz schön schnell hier. Ist hier einfach an den vorbeigerannt? So, wieder so ein blödes Dreischussgewehr. Okay. Hält sich gut an. So, alles Zivilisten hier. Ja. Aus dem Weg! Geht rein und bleibt da! Hey, hier muss man aufpassen. Ich hoffe, ich glaube nicht. Nicht abschießen. So, dann werf mal. Was wirft die Feine? Ist da überhaupt noch jemand? Da drüben glaube noch einer. So, hier war... Nein! So. War das denn ein Gegner? Okay. Das war glaube ich noch einer. Die KI ist manchmal komisch. Und ich treffe nicht. So, nur noch fünf Schuss. Kommt der noch raus. So, der wäre... Ich weiß nicht, der eine. Der zweite. Ziel ausgestattet! Na, der läuft da auch noch. Hallo? In die Ecken schauen! Rennst du hin? Na toll. Ich wollte messern, aber die scheiß Belegung ist wieder anders. Aber ich habe auch gar nicht mehr so viel Schüsse. Außer hier, aber... Nehmen wir die mit. Ja, Munition. Ja, hier wimmelt es auch. Hallo? Da oben war gleich noch einer irgendwo. So, Moment. Okay. So, nachladen. So. Alter, wie viele hier sind? Genau. Na, die hat ja gar nichts gebracht. Ja, es sind ja richtig viele. Und hier unten waren ja auch massig. Das ist nicht hier oben. Na, du Armer. Alter, die geht halt nicht durch. Das ist halt auch mies. So, wo ist denn die Ilona eigentlich? So, jetzt hatten wir noch... Ach, da steht der. Einmal durch. Boah, kann ich hier hoch. Na, ich war da rüber. Aber hat nicht so ganz funktioniert. So. Ah, warte mal. Na, wo gehen die hin? Das war nicht so geplant. Alter. Was geht bei denen ab? Die sind, glaube ich, ein bisschen besser gepanzert. Oh, Granate. So, hier haben wir die einmal. Bei den Tischen, Alter. Hier sind noch keine Tische. Hier ist so doof. Hey, ist so scheiße hier. Die Granate. Also, die ist schon eigentlich geil, aber... Hier in den Häusern sind. So, der da. Der liegt so da. Als würde er noch leben. Alter, ach, von da. Hallo. Alter, ich drück immer die falschen Taschen, ey. Ich glaube, ich muss das mal umstellen. Ey, ich häng. Schon wieder. Ja, man kann die Tür auch rausreißen. Ist okay. Das schafft normal. Aufmachen. So, wo ist der Glockenturm? Was haben wir hier von der Waffe? Ah, die Ball. Hier ist doch der Glockenturm. Ich habe gar keinen Rauch. Kann ich jetzt irgendwie... Ja, super. Muss ich die Granate werfen, oder wie? Jo, los geht's! So, na toll. Und hier kaum Deckung. Ja, toll. Scheiße, ist das hier offen. Willst du erst laufen, oder erst schießen? Äh, ist zumindest nicht zu erst sterben. So, Alter, der schießt aber auf mich hier. Boah, ich habe ihn, glaube ich, getroffen. Komm schon, unten auf der Straße kriegt er uns nicht. Okay, na dann, ab nach unten. KVA-Drohnen, in Deckung! Oh, nicht für die, Moment. Ähm, BMP. Und, gute Nacht. Ja, aber ich bin so fliegt die noch. So. Wir kommen langsam näher. Oh. Er sieht uns. Na toll, das Restaurant hat auch die Glastach. Weil, klar, dass es kein normales Dach hat. Ich sehe Torres, er ist getroffen. Verstanden, Bravo. Ruf einen Sanitäter. Finde Rivers, er hat die Stinger. Scheiße. Wir brauchen die Stinger. Los. Alter, wo ballert denn der durch? Da ist Revers. Die Stinger, stopp. Wir brauchen die Stinger. Ich gebe Deckung. So, oh, nicht schon wieder die da. So, hier haben wir noch eine. Und noch mehrere. Die Drohnen sind so mumpsklein. Gehen wir hier weiter. Alter, ich hänge hier schon an einem... Alter, ich bleib überall hängen. Irgendwie. Ja, 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 keine Deckung. Keine Deckung. Okay. So, na dann. Alter, wie viele Raketen. Hab ihn. Fixer. Bravo, Hardis Convoy ist vier Minuten vom Ziel entfernt. Verstanden. Bravo, unterwegs zum Ziel. Los geht's. So. Hilf mir mal, Mitchell. Okay, einmal schieben. Bravo, Hardis Convoy ist zwei Minuten entfernt. Verstanden. Schneide ihm den Weg ab. So wie ich gerade getreten hab, hätte ich das auch alleine geschafft. Bravo, Hardis kommt. Verstanden. Mitchell, die Ladungen. In Deckung. Warte auf mein Zeichen. Alter, das zieht er doch ab, oder? Okay, und was muss ich drücken? Jetzt! Bravo, nicht aufgehen. Wir müssen Hardis erwischen. So, oh, was haben wir denn hier? Jetzt hab ich noch die Stinger. Ah, ne, die hab ich nicht dabei. So, also da drüben haben wir nochmal eine. Nein! So, oh no. So, ich bleib kurz in Deckung. Ich hab noch sieben. Wow! Verlöchen. So, haben wir noch welche? Woher kam die Rakete? Von hier? Nein! Come on! Haha, genial, Mann. Aber die lenkt auch so ein bisschen. Sanitäter, Sanitäter, hilf her! Hallo? Ist er den nicht getroffen? Hier noch einer. So, wer redet denn da noch? Ach, da! Wir sind fast da! So, hier haben wir nochmal ein bisschen Granatenmunition. So. Keine hier. Zwei, dreimal da. Ah, der kommt von da hinten raus. Kontakt! Wir sind da! Kontakt! Kontakt! Zwei Uhr! Kontakt! Wir sind sicher! Die Straßen sind frei! Prophet, wir rücken zu Hades vorn! Roger! Achtung! Mehr KVA auf dem Weg!